Hallo und herzlich willkommen zurück bei Hannover 96 Flash. Heute möchte ich mit euch mal darüber reden, ob sich Youngstar Linden Mayner bei den 96ern durchsetzen kann. Schauen wir uns erstmal seine Statistiken an. In 23 Spielen in der A-Junioren Bundesliga konnte er 7 Tore erzielen. Er ist 19 Jahre alt, hat ja auch bereits schon für die deutsche U19 debutiert. Er überzeugt meistens in der U19 von Hannover 96, vor allem durch seine Schnelligkeit. Also er ist sehr schnell. Ich denke, er könnte sogar schon in dieser Saison ein Thema werden, aber eher als einer, der von der Bank kommt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er auf seine Einsatzzeiten kommen wird und auch mal in der Startelf stehen wird, aber eher in den unwichtigeren Partien. Aber eher so das größte Talent, was Hannover 96 hat. Also es muss auf jeden Fall gefördert werden, dieses Talent. Linden Mayner. Also er ist 19 Jahre. Also wow, so ein großes Talent hat er Hannover 96 schon lange nicht mehr. Ich denke, genau deswegen, weil er eben so schnell ist, man muss ihn auch einfach als Joker einsetzen. Er muss seine Einsätze bekommen. In der vergangenen Saison waren es ja zwei Bundesliga-Einsätze. Also ich mache mir auf jeden Fall da Hoffnungen, dass Linden Mayner diese Saison den Bundesliga-Durchbruch schafft. Und ich denke, in höchstens nächste Saison, also 2019, 2020, wird er schon Stammspieler bei den Roten sein. Was denkt ihr? Wie seht ihr das? Schreibt mir gerne einen Kommentar. Und ja, das war's mit dem Video. Ciao, ciao. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like und Abo da.